Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe aus Fellbach. Guten Abend, hallo. Unser großes Thema heute, das Geschäft mit dem Krieg. Wann ziehen wir endlich in den Frieden? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Deshalb sind die Leute auch bereit, dass Panzer geschickt werden und demnächst vielleicht wirklich auch noch Kampfjets und so weiter. Ja, die machen das schon, die retten mich und meinen damit, sie seien gerettet von ihren eigenen persönlichen Unsicherheiten und Ängstlichkeiten, weil sie jetzt die große Gefahr sehen, die inszeniert wird. Und deshalb frage ich mich auch nicht mehr, weshalb gibt es denn keine Verhandlungen? Das Vernünftigste, was gemacht werden könnte, jetzt Waffenstillstandsverhandlungen, Friedensverhandlungen. Nein, weil der Krieg gebraucht wird. Der wird unterhalten, der wird künstlich immer weitergeführt, damit die Menschen eine Chance haben, von sich selbst, von ihren Lebensunsicherheiten auf diese große Gefahr zu blicken und dann dort zu kämpfen und praktisch die Welt retten zu können. Das stimmt. Unsere westliche sogenannte Wertegemeinschaft hat die Aufklärung verloren. Wir sind nicht mehr in der Lage, in Distanz zu uns selbst zu treten. Und wir hadern mit anderen Zivilisationen, der iranischen, eine uralte Zivilisation. Ich war jetzt da vom 17. Dezember bis 7. Januar. Auch dort stimmt nichts, was über das Land berichtet wird und auch die Widersprüche werden nicht gefasst. Die chinesische Kultur, eine alte Kultur. Die russische Kultur ist älter als unsere deutsche, um es nur mal zu benennen. Und Staaten entstehen nicht, wie man in den USA glaubt, indem man eine Fahne irgendwo reinsteckt, reinbläst, kurz die Indianer umbringt und dann ist gut. Aber eigentlich ist ja dann die Frage, haben die USA, hat Viktoria Nuland, die Vize-Außenministerin, diesen Putsch gemacht? Ich bin der Meinung, ja. Und dann kam ein Bürgerkrieg, das ist sehr wichtig, der wurde weggeschnitten, die acht Jahre Bürgerkrieg. Die haben 14.000 Tote gefordert, das ist von 2014 bis 2021. Und dann, 2022, kam die Invasion von Putin. Ich finde, die Invasion ist illegal, man kann darüber diskutieren. Meiner Meinung nach illegal, die Ukraine hätte auch nicht in Russland einmarschieren dürfen. Aber es ist einerseits ein illegaler Putsch der USA 2014 und andererseits eine illegale Invasion durch Russland. Das ist meine Analyse. Dann könnte Deutschland eigentlich neutral sein und sagen, okay, wir sehen, Washington ist in Verbrechen verwickelt. Moskau ist in Verbrechen verwickelt. Wir vermitteln. Auch sehr, sehr wichtig finde, und das habe ich ja zu Anfang schon gesagt, wir müssen wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Und ich möchte von der, egal wer jetzt argumentiert, ich möchte einfach mal hören, also ich vertrete den Stimmungpunkt, weil, ja, ich möchte nicht einfach nur hören, so ist es. Sondern ich möchte eine Begründung hören, warum jemand mit einer bestimmten Aussage irgendwie unterwegs ist. Und das haben wir jetzt drei Jahre lang nicht erlebt.